Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pontius und Sawyer durch die Dunkelheit stolperten, verlorener als je zuvor. Jetzt aber hielten sie auf die Berge zu, die zum Astral-Observatorium führen sollten und vielleicht zu dringend benötigter Hilfe. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Trina 5. Das Astral-Observatorium ist in diesen Hügeln. Es führt also ein Weg oder eine Straße dorthin? Ich glaube, sie brauchen keine Straßen. Sie können zaubern. Also heißt es jetzt klettern. Ja, wir müssen klettern. Übrigens, die Leute oben im Observatorium, die sind nicht wie die Zauberer, die ihr aus der Akademie kennt. Also keine eingebildeten Wichtigtuer? Das klingt schon mal gut. Nein, also es hat seine Gründe, wieso die 3 sich dort oben versteckt. Aua. Schieß die mal kaputt, kannst du das? Nein, da musst du mehr drauf. Das war doof, weil jetzt komme ich nicht mehr da hoch. Ach, die kommt wieder. Ach so, die... oh, das ist doof. Ah, die unten kommt auch wieder. Ja, man muss da hoch, da hoch. Ja, aber... Oh. Nein, äh... Ach, das ist ein Ast auch noch, der da blockiert. Warte mal. Muss von oben machen. Siehst du den? Oh. Oder wir machen es einfach so. Hier, schnell drauf, drauf, drauf. Geh weg, geh weg, geh weg. Der kommt wieder. Nein, der kommt nicht wieder. Nee, ohne Scheiß, wenn das Ding da steht, kommt der nicht wieder, ne? Ach so, nee, dann mache ich das so, damit du da nicht kaputt gehst. Und du kriegst es aber nicht gebacken, das zu ziehen. Wieso kann ich das? Weil du viel zu schwach bist. Nee, aber ernsthaft, warum kriegst du das nicht gezogen? Ja, weil das nicht geht. Müsste mir das mit... Ach nee, der andere ist gar nicht dabei, ne? Doch, der ist dabei. Aber wie willst du das mit dem anderen? Nein, der andere ist nicht dabei, der ist durchsichtig oben. Hä? Ich habe den gerade gewählt. Da ist er doch. Hä? Ach so, das ist dann nur, wenn der passiv ist, oder was? Ich dachte, sonst könntest du vielleicht da was draufhauen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, nein. Genau, das sollst du nicht machen. Warte. Versuch mal, die beiden zu verbinden. Äh. Aber so eng wie möglich. Lass mal los. Ja, aber der macht doch nichts. Ich dachte, der zieht das jetzt nicht hinten. Nee. Warte mal. Kannst du das ziehen mit den Würfeln? Zieh den mal. Ja, das Ding unten kann ich nicht weiterziehen. Den Würfel dann wohl auch nicht. Aber den Würfel... Nö. Ähm. Ich kann den halt abmachen, aber... Ich habe auch schon überlegt, aber das wird auch nichts bringen, wenn man eine Kugel... Ne, eine Kugel kannst du ja eh nicht da dran machen. Hm. Ach so, wir sind so dämlich. Das ist bestimmt doch nur, damit wir da hochkommen. Ne? So, ja, dann machst du mal wieder da drauf. Ja, das kann ich jetzt schlecht machen, weil... Ich kann das unten erstens nicht bewegen, wenn du da drauf stehst. Und zweitens komme ich da jetzt nicht mehr ran. Warum nicht? Hui. Ja, toll. Mach's noch weiter weg. Upp. Warte mal, wie dreh ich? Ich kann es nicht mehr drehen, du hast es schon wieder... Naja, egal. Oh, das war natürlich jetzt super toll gedacht. Ich dachte, die ganze Zeit, wir können das aufmachen. Aber gibst du was. Nur Schatzkammern können es mit solcher Schönheit aufnehmen. Uiuiuiui. Mach da mal was dran da oben. Und dreh das mal. Na, kann ich dann ja gar nicht mehr. Scheiße. Äh. Das ist aber, glaube ich, damit... Uh, damit ich dann so noch darüber komme. Bist du da jetzt gerade runtergesprungen, oder was? Ja. Warum? Huh. Wolle ich mich jetzt erschrocken. Warum denn das? Äh, warte mal, wir wechseln. Nein. Äh, du hättest das holen können. Jetzt kann ich nicht mehr dahin. Ich wollte dich beschützen. Dankeschön. Äh. Da muss er davor gehen und nicht... Aber sehr elegant, wie du da runtergefallen bist. Das muss ich schon sagen. Vielleicht kannst du das mal da hinten irgendwie richtig machen. Ja, warte. Ich kann auch noch ein zweites machen, oder? Ah, nee. Das geht dann kaputt, oder? Nee. Die ging nicht kaputt. Mach das mal so. Du wolltest erst da drauf... Ja, du wolltest wahrscheinlich beides hier. Kannst du da so hochspringen? Oder verbind das mit rechts. Nein. Ah, nee. Das geht ja nicht. Scheiße. Nee, warte. Sonst mache ich erst mal... Bleib mal eben nach unten. Geh mal ein Stück nach links. Du kannst mich mal... So, und das werden hier. So. Und dann... Warum machst du die Platte nicht da hinten rein senkrecht? Ich sehe nicht. Dann brauchst du nein. Ja doch, dann kannst du dich da draufstecken. Kannst du auch hochspringen. Und ich komme noch nicht drauf auf das Ding, wenn ich das runterziehen muss. Ja, aber senkrecht kann ich das nicht machen. Senkrecht kann ich das nicht machen, weil... Oder? Nee, das wird nicht hoch genug sein für rechts. Kriegst du den Sprung hin? Ja, aber... Ach so, wegen dem da oben, meinst du? Warte. Das war jetzt nicht ganz so gut. Ja, das muss ab unten wieder. Aber du kannst... Ja, aber wenn ich... Ich kann es loslassen. Dann geht das nach unten. Ja, lass uns mal los. Lass uns mal los. Ja. Jetzt sehe ich hier unten zwar nichts mehr, aber ich halte hier das Ding zumindest mal weg hier. Das war jetzt auch nicht der Beste zum Springen, muss ich dazu sagen. Wollt ihr auch was anderes machen? Oh nein, das würde ich auch nicht machen. Ach, warum musst du das machen? Ich war noch gar nicht drüben. Was machst du denn hier? Komm jetzt weiter, Mensch. Komm zieh jetzt mal. So, endlich hast du das mal durch hier. Oh. Ey, was machst du denn? So geht's auch. Ja, du musst das aber eigentlich andersrum ziehen. Ach so, warte mal. Ich kann doch theoretisch. Oder? Kann ich das drehen lassen? Ja, so kann ich es nicht mehr drehen. Ach so, ja, warte mal. Lass mich durch. Lass mich toll. Ja. Warte, warte. Eis. Ja, sauber. Äh, weg da. Ja, sauber. Äh, weg da. Kannst du mal entscheiden? Äh, oah. Äh, wir müssten hier. Warte mal, dann gehe ich erst mal runter. Du stellst dich immer genau so blöd in den Weg, dass man nichts hinstellen kann. Alter. Das, das machst du ja gerade. Äh, äh, was? So. Hast du überhaupt aufgenommen? So eine Frage nach 10 Minuten aufnehmen zu stellen, ist ziemlich, naja. Ähm. Ich glaub, ich trau dir alles nicht. Mach das rechts mal eben kaputt. Kannst du das nicht kaputt? Lass den. Hier rüber. Du musst die da rüberfahren. Oh. Hä? Hier. Hier, musst du die dran machen. Mach mal eine andere Kugel hier noch dran. Warum? Damit wir die zusammenfahren. Dann wird das unten rot. Hier, äh, grün. Hier, wo ich da. Ja. Nee. Die kommen ja nicht hin. Das ist doch scheiße. Aber das muss gehen hier. Warte mal, zieh... Nee, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Zieh mal das linke. Was? Geh mal da runter. Jetzt komm ich da natürlich wieder nicht ran. Zieh mal das linke nach rechts, so wie du das eben gemacht hast. Geht das dann irgendwie hoch oder so? Auch nicht. Nein. Ja, weil das sind... Siehst du hier, diese Dinger unten, die blockieren mich. Vielleicht hier oben noch was? Nee. Wir müssen das nach oben drücken eigentlich. Aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Danke. Wozu hast du denn das Fass? Das muss doch eine Bewandtnis haben. Also unten, das wäre... Ach so, warte mal. Huh. Nee, das... Danke. Ähm. Ja, unten, das geht runter. Also das geht dann auf, denke ich mal, wenn wir das hier oben gemacht haben. Nur wie kriegen wir das jetzt rechts? Kannst du da ein Vierkin machen? Kannst du da ein Vierkin machen? Nee, nee, da passt gar nichts dazwischen. Das ist das Problem. Doch, die Platte. Die Platte. Mach die mal hin. Mach mal unten das Dings ab hier. Ja, das soll ich... Genau, die dazwischen so genommen. Ja. Aber jetzt kannst du nicht drehen, das ist dir schon klar. Moment, nee, ich muss nicht drehen. Nee, nee. Sollst du das Rechte ziehen können, aber noch nicht das Linke. Oder? Kann ich das jetzt... Nein, wir müssen das mal was machen, warte mal. Hä? Hä, jetzt kann ich das nicht mehr drehen? Was ist denn? Also kann ich das denn jetzt nicht mehr drehen? Hä? Ja, das ist super schlau gemacht. Ganz ähnlich. Warte mal, ich muss mal was gucken. Kann ich hier unten was dran machen? Guck mal, wenn ich hier laufe, dann bleibt es auch nicht da... Ach, kannst du das einfrieren, wenn das hier rechts ist vielleicht? Ja, aber ich muss es ja festhalten. Nee, nee, du musst erst mal ein kleineres Seil machen. Ein kleineres Seil. Und dann nach rechts laufen. Und das dann festmachen mit dem rechten... Oh, Mann. Und jetzt mit dem rechten festmachen. Ja, der zieht es aber weg. So, ja. Kannst du... Aber... Wenn du so da stehst, kannst du das irgendwie... Ich meine, ich... Och, ey. War das die Einfrierung? Kannst du das einfrieren? Ja, er friert es aber nicht ein da. Ich kann es nicht einfrieren, da. Okay. Also dann geht das nicht. Das geht auch nicht. Mich stört dieses Fass unten. Ich weiß nicht, was wir damit... Ja, es hat ein Bewandtnis. Man kann ja hier... Ach! Du kannst doch damit das Ding zur Seite schieben. Was? Ja, mach mal rechts das Seil dran. Aber das hat den gleichen Effekt dann eigentlich. Ich kann mich ja jetzt auch nicht zu dir machen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Was ich aber machen könnte... Wir sind eigentlich doof. Warte mal. Nein, nur doof. Jetzt komm ich hier nicht runter. Ähm. Toll. Jetzt hängt das da dran, oder was? Würdest du mich jetzt verarschen? Oh nein, jetzt bist du da dran. Ja, super. Vielen Dank. Jetzt kann ich es gar nicht mehr bewegen. So, pass auf. Jetzt zieh mal das andere. Manchmal ist es einfacher, als man denkt, oder? Ach, da... Siehst du, das reicht ja, wenn man da nicht... Dafür war das Fass, damit man es da drauf machen kann. Damit das nicht wieder hochfährt. Ja, und wenn das da runterfällt? Und das fällt nicht da runter. Weil du stehst ja da... Genau, das fährt da runter. Bleibt da drauf. Ähm... Ja, du musst eigentlich nur zu mir rüber springen, oder? Ja, ich wollte mich nur so lange jetzt drauf bleiben, damit... Also, hier oben. Hier oben ist was hinter. Wie kommen wir da dran? Da sind lauter Dinger. Äh, ich schätze jetzt gar nicht mehr, oder? Ja, das ist Eisen, Eisenstangen. Du kannst das zwar runterziehen, aber können... Achso, warte mal, zieh das mal runter, oben. Was denn? Das Ding. Zieh das mal runter. Äh... Kannst du nach rechts wegspringen? Aber war da was? Konnte man da wohl noch hin? Ziehst du da was oben? Oh, ja. Zack. Äh! Nein, nicht da runter springen. Ich hab die Kugel mitgenommen. Also, ich kann hier nicht hoch springen, aber ich kann hier unten auch nichts machen. Hä? Kannst du nicht rein? Kannst du mit dem anderen irgendwie nach oben springen, oder so? Auch nicht, ne? Oder wir müssen von rechts eventuell gleich rein. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, pff. Entschuldigung, war ich das jetzt? Ja. Obwohl, eigentlich nicht du bist so am Laufen. Nee, aber von rechts kommen wir da auch nicht hin. Aua. Das war ich nicht. Oh! 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 Der warf, der warf mit, mit dem ist hier gegen mich. Geisterhafte Gräber hat uns gerade noch gefehlt. Warum ist die vorhin was zoomen? Keine Verschnaufpause, wie immer. Damit du die rüber zoomen kannst. Ah! Warte mal. Boah. Oh, guck mal, da ist ein Magischer. Achso, ja, lass das mal. Was machst du jetzt? Der ist ein Magischer. Was meinst du mit, der ist ein Magischer? Achso, den da unten. Aua. Das war ja jetzt mal gar nichts hier. Ja, da kam ich nicht hin. Du hast das scheiße vorbereitet. Du hättest da oben noch was dran machen müssen. Nein, die Platte hättest du da dran machen müssen. Warum machst du so kleinen scheiß Würfel da dran? Weil ich dich ärgern wollte. Weil ich dachte, dass du besser bist im Springen. Oh, jetzt will der Alte wirklich, dass ich hier auch noch die... Alles muss man der Frau spielen. Also überhaupt erstmal wieder gucken, wie ich das hier in... Nein, nein. Weiter am Rand außen, die Platte. Ja, genau. Der hat nur Ansprüche hier. Doch, das müsste aber eigentlich reichen. Ja, das ist scheiße gewesen. Ja, weil das nachlässt, sobald der... Achso, warte mal. Nee. Doch. Du hättest den übrigens verzaubern können. Nochmal so nebenbei. Halt mal grad auf. Du hättest den mit dem Schwebe-Ding hier machen können. Das ist ein Schwebe-Ding? Ja, dieser Schwebe-Pfeil da. So ist das, denke ich mir mal, gedacht gewesen. Mach jetzt mal den Checkpoint da unten. Ja, geil. Hast du gut reingebaut. Ich dachte ja auch eigentlich, dass du dann ein Seil ranmachst. Oh, oh. Aua. Achso, kannst... Ja doch, kannst du. Wenn du stehen bleibst, kannst du ein Seil ranmachst. Ja, aber hier oben... Ich muss das Seil unten dran machen. Lass mich doch mal... Warte mal. Schieb mir das mal weiter rüber. Ich hab das Ding vergessen. Wie schiebt der das weiter rüber? Was soll ich denn da weiter rüber schieben? Aua, was geht denn jetzt? Was ist das? Ich geh schon mal auf die andere. Oh, ach, du kannst mir springen. Hallöchen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Du bist mir im Observatorium etwa eingesperrt? Denkst du mal auf den anderen. Ich sage nur, dass wir vorsichtig sein sollten. Was? Also treffen wir jetzt Leute, die noch schlimmer sind als Fräulein Sunny? Nein, gar nicht. Die drei sind nur nicht... Du musst mal den anderen neben mir drauf gehen. Und sie mögen keine Besucher. Ach, du bist so faul, echt. Und jetzt? Jetzt baue ich mir was zusammen, weil du zu faul dazu bist. Nein, nein, schieb mich nicht weg, schieb mich nicht weg. Hallo. Das ist ja echt tolle. Geht das noch? Fünf Minuten später. Danke. Deine Füße haben es berührt. Zehn Minuten später. Warte mal. Soll ich da rüber gehen? Nein, aber dein Kopf war gerade so breit. Ja, versuch mal, da rüber zu gehen. Ich komme da nicht rüber. Das musst du einfrieren, oder? Das müsste... Ich meine, das ist Holz, das ist unlogisch. Aber theoretischerweise... Siehst du? Das ist Holz, das ist unlogisch, aber es funktioniert. Die Frage ist nur... Die Dinger können nicht im Wasser stehen, oder? Es ist zu tief, denke ich. Also man könnte... Warte mal. Nein. Das ist auf jeden Fall zu tief. Ne, das geht nicht. Ich wollte da hinten hin, aber es geht irgendwie nicht. Kann ich? Auf der anderen Seite von dem Ding ist ein Haken, zum Hochgehen. Ne, kann man nicht, ne? Warte mal. Bist du noch doof. Ich muss das mal weg. Was denn? Also Schollen kann ich machen hier. Ja, und oben ist das jetzt wieder weg. Danke. Ach so. Aber warte mal, kann ich wohl das da auch einfrieren? Das geht auch. Warte mal, dann muss ich auch mal drauf. Hallo, Feuer. So. Was ist denn, wenn ich... Komm mal erstmal, schieb mal den da rüber. Warte mal. Hallo? Gibt's noch? Warte. Nein. Was machst du denn? Das warst du. Ich hab dich nur erschreckt. Mir hab ich gar nicht gemacht. Mach mal wieder hier hin. Was willst du machen? So. Jetzt. Ach so, das geht ja nicht. Du musst ja auch da rüber sein. Bist du klar. Warte mal. Nee, das geht nicht. Nein, du musst erst mal einmal da dran und dann kannst du das einfrieren, Schlaukopf. Also einen können wir schon mal einfrieren. Okay, dann machen wir das anders. Dann schieben wir den ja wieder darüber. Wow. So, geh mal weg. Komm mal hier hoch oder mach einen zweiten drauf. Ist mir egal. Jetzt kannst du uns doch so, wollte ich dir nur gesagt haben. So, kannst runter. Jetzt muss ich... Aber warte mal. Nee, 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 nee. Ich muss aber erst da dranhängen. Du sollst dich ja auch da dranhängen. Also beziehungsweise ich muss da dranhängen. Deswegen habe ich die extra da hingestellt. Ich muss da dranhängen. Und du... Und du machst jetzt den anderen da dranhängen? Ach so, da dranhängen, meinst du? Ich dachte, du meinst jetzt hier oben. Jetzt genau, jetzt gehst du da hoch. Gehst du den anderen runter. Hallo, das war meine Idee. Ich weiß schon, was ich machen muss. Nein, weißt du nicht. Das Problem... Das Problem... Ja doch, du kannst... Von da aus kannst du das Ding einfrieren. Was denn? Warum soll ich das einfrieren? Du kommst ja dann nicht mehr hin. Damit ich vielleicht auch da rüberkomme? Nein. Warte mal, kann ich das eigentlich einfrieren? Du musst ja aber da rüberkommen, wenn... Ne, das geht nicht mehr. Ich muss den anderen Weg finden. Warte mal. Lass mich mal eben was gucken. Wofür ist dieser... Den muss ich etwa kaputt machen, so. Hallo, den habe ich extra da hingestellt. Damit die Wippe... Ja, aber wofür ist die Wippe? Da oben ist noch was. Ja, da kommst du nicht ohne mich ran. Aber wie kommst du jetzt hier hoch? Kannst du da rechts was dran machen? Seil dran machen? Das sieht so komisch aus. Das ist kein Seil. Aber ist in Ordnung. Nein. Warte mal. Aber ich könnte was anderes machen. Warte, warte. Kannst du das auch einfrieren von oben? Sind da irgendwie so Lücken oder so? Ja, vielleicht. Kannst du überhaupt zweimal einfrieren? Das weiß ich jetzt nicht. Ne, kann ich nicht. Ich kann nichts einfrieren. Ne, geht auch nichts. Ah, dann hätte... Ach ne, die kannst du nicht verbinden. Wie gesagt, ich hätte an deiner Stelle das unten eingefroren und dann hätte man geguckt, wie wir da rüberkommen. Ja, aber wenn ich das einfriere, ich kann das einfrieren. Äh, warte mal. Es ist jetzt eingefroren, aber da hast du ja nichts vor. Hier schießt mal nirgendwo irgendwas um. Äh, der Dicke ist hier oben und steht da als Geist, der hatte doch diese Funktion. Hm, wie sind sie gut? Ne, ich kann mich total verstellen. Die kann man doch abstellen. Die kann man doch abstellen. Okay, keine Ahnung, warum ich den nicht verändern darf. Äh, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber warte mal, kannst du nicht... Boah, der geht nicht vernünftig nach links. Warte mal ganz kurz. Oh, ne, unten scheint nichts zu sein. Aber du, Kummer, da oben habe ich einen Haken hingemacht. Kannst du da nicht einen Pfeil dran schießen? Nimm mal den Bogenschützen. Ja, wie soll ich da hinkommen, um den Falls? Ja, den Pfeil kann ich machen, aber... Ins Wasser springen. Aber du musst einen normalen Pfeil nehmen. Kannst du nicht... Ja, genau. Das war, glaube ich, nicht so gedacht, aber wo geht's auch? Ne, glaube ich auch nicht, aber... Warte mal, hier oben sind ganz viele Dinger drauf. Wir kommen da dran. Ja, nach dem, was wir gesagt haben. Nein, komm mal hier auf die Wippe. Ja, warte. Aber du musst der andere sein. Am besten Bogenschütz. Nein, ich habe eine Idee. Pass auf, pass auf. Nein. Ja, geh doch mal nach links und mach die Bogenschütze. Genau das eben nicht, weil du auf der anderen Seite stehen musst. Warum soll ich denn der Bogenschütze jetzt sein? Ich höre mit den Let's Plays auf. Wo ist die Gameplayerin denn? Ich komme mir vor wie beim Souls-like. So kurz vorm Finale und dann BÄM. Lass mich aber die Bogenschütze... Achso, mach erst mal oben... Achso, kann ich ja auch nicht. Doch. Jetzt. Mach mal eben das Ding da rein. Und weg zum... Achso, nee, brauchst du ja gar nicht. Guck mal, so komme ich auch hier hoch. So, und jetzt gehe ich nach links. Ich stehe extra in der Richtung. Du bist aber genau da drunter. Guck mal, was für eine Präzision. Nimm das weg, das Teil. Ah! Das war die rechte Taste. Jetzt habe ich es. Jetzt musst du da hoch gehen und dann da drauf. Nee, bräuchte doch nicht mehr Hilfe. Nein, aua. Ja, warte mal, du stehst da wieder im Weg. Ich muss doch hier irgendwie... Aua, du musst einfach nur links machen. Ja, ich dachte, du machst das. Was war das denn? Hast du dich gerade geklont, oder was? Ja, 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 ja. Ja, wir haben es voll. So, jetzt kommt mein großer Auftritt. Achso, scheiße, hab ich noch mal. Warte, 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 hier wird geschossen. Ich bin das nicht, wollte ich nur mal gesagt. Da der Epi hier leider geflogen ist, machen wir mal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann... ...